yo leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem alten video hier auf dem kanal ich wills wieder euer erstein und ja leute heute mit einem erneuten video und zwar leute heute machen wir die challenge nur grüne und goldene waffen benutzen ja leute ihr habt richtig gehört grüne und goldene waffen sind diesmal dran weil das hat sich ein mod gewünscht grüne und goldene waffen dann machen wir das auch will ich sagen und ja wir bräuchten erstmal ein paar grüne und goldene waffen oder eher gesagt erst mal grüne waffen und wie gesagt wenn ich die challenge ich schaffe nicht im ring hole dürft ihr euch eine betrafung aussuchen einer hat mal einer letztens gesagt ja komm verlosung 5 euro gewinnspiel aber leute dafür gibt er die gewinnspiele bei jedem von abonnenten deswegen lassen aber da lassen leichter für gewinnspiele und ja dann leute und zwar ist jetzt auf jeden fall was im spiel aufgetaucht und zwar ein countdown nämlich leute es wird ein live event geben ja ihr habt mich richtig gehört es wird ein live event geben und zwar wird das live event nächsten sonntag stattfinden um 22 uhr und ja leute wie gesagt das live event nächsten sonntag um 22 uhr stattfinden das wird das live event zu neuen ziehen sein leute nach meiner meinung erwarte ich dazu nichts gutes weil leute da zuletzt wo ich euch jetzt auch habe ich euch aber auch schon mal gesagt zuletzt wo ein live event beziehungsweise live event auf eine neue season an dem sonntag kam war es von chapter 1 7 10 auf das zweite chapter rüber und ich vermute wirklich dass ähm das dann auch wieder so sein wird und zwar dass ja das ist dann wieder ein schwarzes loch geben wird es muss zwar nicht unbedingt sein aber ich vermute es weil wie gesagt ich ähm vermute es einfach nur weil ich denke es kann schon sein dass nämlich jetzt äh schon chapter 3 anbrechen wird ist zwar vielleicht noch ein bisschen früh aber es sind auch nur noch es wären nur noch zwei seasons bis zum nächsten chapter kann natürlich sein dass es nicht so ist aber ja wie gesagt ich vermute es oh leute warum ist das nicht gold in der wochen launch ja egal wie gesagt ich vermute dass jetzt nächsten sonntag schon chapter 3 anbrechen wird auf jeden fall ähm falls es wirklich so ist dass wieder ein schwarzes loch kommt wundert euch nicht leute ich denke mal das wird nicht lange bleiben höchstens wieder drei tage wie damals von chapter 1 auf chapter 2 ich hoffe zwar nicht dass das loch kommt sondern dass es nur ein live event wird und dann direkt in 8 anfängt weil ähm ganz ehrlich ich hätte ja gar keinen bock darauf drei tage kein vorne zu zocken weil ja ich mag das game schon sehr merkt man glaube auch und leute ihr habt wahrscheinlich gesehen und zwar habe ich ähm gestern handy stream gemacht so circa zwei stunden gegen der und zwar habe ich jetzt auch vor öfters äh handy games zu streamen wenn ihr handy games habt die ihr mögt und die ich mal zocken wollte schreibt es gerne in die kommentare dann zocke ich die auch gerne mal und ich habe mir überlegt dass ich vielleicht dann auf die handy games mit facecam streamen weil man kann wirklich bei den hand die hand die games kannst du kannst wirklich mit äh programmen bzw. mit dem streamprogramm kannst du wirklich die facecam einschalten ich bin aber überlegen ob das 900 abonnenten-flösschen dann sein wird ob ich auf äh handy mit facecam ab dann streamen werde weil leute ne facecam extra jetzt nochmal für PS4 kaufen im allgemeinen äh finde ich ist jetzt nicht so sinnvoll und ja ok leute das war auf jeden fall gerade ne aufgabe und ja leute ihr seht wahrscheinlich auch schon ich bin richtig hohes level und zwar bin ich level ja wir sehen können level 223 ist schon ein bisschen hoch aber leute es liegt einfach daran ich habe alle aufgaben in der season gemacht ich habe wirklich fast nur durch die aufgaben alle gelevelt äh ist klar ich habe zwar auch viel gezockt aber der meiste teile stand mir heraus dass ich aufgaben gemacht habe ja ich habe gar keinen bock mehr und ja auf jeden fall leute noch ein thema und zwar wird es wahrscheinlich denke ich mal zu 99 prozent zu neuen season neuen no skins gehen schon wieder ja leute ihr habt richtig gehört es wird wieder neue no skins für die leute die vielleicht Fortnite auf Twitch verfolgen oder so haben es wahrscheinlich auch schon gesehen oder beziehungsweise man kann es in manchen Trailern schon sehen neue no skins ich denke mal es werden neue no skins sein weil äh solche skins sind noch nicht ingame deswegen ist eigentlich klar ist eine gute vermutung denke ich dass es neue no skins gehen wird ich finde es zwar nice aber ich finde die no skins sehen an sich nicht so nice aus ähm könnte ich euch das einblenden würde ich euch das gerne einblenden aber äh ja wie gesagt ich nehme meine videos auf dann kann ich euch schlecht äh sachen einblenden ihr könnt es euch gerne mal auf youtube angucken weil da gibt es auch ein paar leute glaube die dazu ein paar videos hochladen oder die beziehungsweise ein video dazu hochladen haben dass neue no skins kommen und ja ich habe da kein bock drauf nicht dass er mich nachher killt deswegen habe ich ihn jetzt gekillt weil wie gesagt wenn er mich nachher killt dann ähm ja dann bin ich halt tot Leute ähm ich fahr jetzt hier kurz einmal nach vorne komplex extra für euch guckt da hinten kann man es schon sehen da hinten sieht man schon den countdown nächste woche sonntag 22 uhr live event da seht ihr es ähm man das ist zwar jetzt unscharf aber äh man sollte das eigentlich schon erkennen können ich kann jetzt euch auch noch mal von hier zeigen hier ist die zone hier da acht tage sechs stunden dann ist auf jeden fall die neue season ähm ist hier jemand kann mir gerade so vor weil hier jemand geschossen hat oder war es nur wo ich glaube ich gehe jetzt würde ich sagen in die zone auf jeden fall leute danke auf jeden fall für den support bei dem letzten äh waffen challenge video weil da hatten wir sechs likes großes dankeschön geht auf jeden fall raus dass wir sechs likes hatten ungefähr um die 30 klicks anders glaube ich weiß es ist nicht viel für meine abo verhältnisse aber ich freue mich wirklich für jeden einzelnen klick und für jeden einzelnen like den ich auf meinen kanal bekomme weil sowas passiert nicht alltäglich und leute ich habe wenn ich das video hochlade vor ungefähr 20 minuten oder so kurz einmal ich denke ich denke ich werde jetzt erstmal keine streams mehr bringen bis zur neuen season beziehungsweise bis zum live event live event werde ich wahrscheinlich stream weil ähm es bockt sich wirklich finde ich momentan einfach nicht ich ähm ich äh weil ich bin halt so einer klar wenn man zu wenn man keine zuschauer hat muss man damit sich abfinden aber ähm ja ich mag es halt nicht so gerne wenn man keine zuschauer hat deswegen ähm werde ich jetzt erstmal denke ich mal bis zum seasonende nicht mehr stream das heißt jetzt eine woche ungefähr also nächsten sonntag werde ich ähm werde ich dann wieder streams anfangen und ähm ja schreibt auf jeden fall gerne die nächste challenge in die kommentare rein was für eine challenge ich als nächstes machen soll ob ich diesmal verschiedene skins nehmen soll also no skin äh und halt grüne blaue lila und goldene skins als favoriten hinzufügen und dann so halt die farbe meiner waffen bestimmen soll oder irgendetwas anderes denkt euch was aus ich denke mal ihr habt ideen aber ja wir haben hier drei kills momentan sind auf jeden fall besser unterwegs als letztes mal wo ich vom auto erfasst wurde das war ein bisschen belastend ja endzone wird in cold castle sein und leute für die die es noch nicht wissen slurpy wurde umbenannt zu slurpy swamp also slurpy wurde auch letztens umbenannt ist zwar schon länger her aber ich habe das auch erst letztens mitbekommen ich verstehe ich verstehe aber ehrlich war nicht warum dann dings hier cold castle ich umgenannt wurde oh hier liegt noch loot vielleicht was nielandes ja aber nur das das komische teil da dann würde ich sagen gehen wir mal in die zone und leute schreibt auf jeden fall gerne in die kommentare rein wie gehypt ihr schon auf die neue season seid und wie gehypt ihr schon auf das live event seid von 0 bis 10 schreibt mir gerne rein und leute ich denke es werden demnächst auch mal wieder shopvideos kommen weil der wirklich der grund warum ich momentan keine shopvideos bringe ist einfach ich bleibe halt wirklich nicht mehr bis zwei wach ich ich schaffe es einfach irgendwie nicht mehr ähm während schulzeit ist sowieso schlecht dass ich da shopvideos mache aber im allgemeinen wenn ich keine schule habe wenn ich wochenende habe oder ferien fällt euch bestimmt auf ich habe schon richtig lange keine shopvideos mehr gemacht ähm ja wie gesagt ist halt der grund weil ich ja es momentan einfach nicht schaffe ich weiß nicht warum früher habe ich immer geschafft mittlerweile irgendwie nicht mehr keine ahnung aber ich denke ich werde in den ferien wieder shopvideos bringen mal schauen wenn ich wach bleibe oder halt shopstreams muss ich noch gucken aber leute auf jeden fall das ziel was ich für dieses jahr erreichen will beziehungsweise möchte sind noch die tausend abonnenten wäre auf jeden fall mega krass wenn wir noch in diesem jahr die tausend abonnenten knacken es sind wirklich nicht mehr viele hundert ich weiß nicht irgendwas mit über 100 äh 70 oder über 160 noch aber leute wenn wir jeden tag um die 5 abos oder so plus machen sollten dauert das auch nicht mehr lange dann haben wir auch schon die ähm tausend abos geknackt wie gesagt lasst ein like da lasst ein abo da und leute ab 1000 abonnenten gibt es den 24h was ich schon die ganze zeit sage das war ich schon seit dem ersten tag an seitdem ich verlosung mache wirklich ich werde wirklich wenn ich die tausend abos geknackt habe ein 24h stream machen da ist ein gegner ok da steht es auf dem anderen dann gehen wir mal in die zone weil ich habe jetzt keine lust gegen die zu fighten und dass ich dann nachher außerhalb der zone bin wie gesagt leute lasst ein abo da lasst ein like da teilt den zu gern mit euren freunden damit wir schnell die tausend abos knacken und was ich glaube auch noch machen werde ist bei äh tausend abonnenten fünf mal eine 10er paysafe verlosung ich muss noch gucken leute ob ich es wirklich mache aber was ich definitiv machen werde ist einmal 10er weil das habe ich ja gesagt das mache ich immer pro 100 abonnenten dieses mal wird es eine 20er geben bei 900 oder leute ich mache bei 1000 abos eine 30er verlosung weiß ich noch nicht aber spätestens bei 1000 abonnenten würde ich dann die 30 euro verlos machen das heißt ihr könnt dreimal eine 10er paysafe gewinnen oder dreimal den battle pass falls ihr den battle passen nicht habt oder sogar eine itunes karte eine apple karte und so weiter halt das worauf ihr fortnite spielt oder halt für andere games natürlich auch ist ja keine frage ist ja in ordnung wenn ihr nicht fortnite spielt oder nicht fortnite spielen könnt wir hätten da gar nicht versucht zu snipen wir sehen auf jeden fall nicht mehr viele aber sechs stück sind noch in so einer zone ja geht in ordnung sechs stück sind echt nicht weniger die muni kiste wurde schon aufgemacht ok da oben hat sich jemand high ground geholt weil das ist schade ich denke mal der muss gleich da runter wenn die zone da ist ich weiß dass ich keine goldene sniper oder so bekommen habe ey digga das ist nicht der ernst als ob der ernsthaft so viel glück hat der hat so viel glück dass er da nicht weg muss da muss ich absolut los wirklich weil das ist am rand der zone am rand ja so viel glück hab ich meistens nie finde ich echt klasse im allgemeinen meine gegner immer viel lach hier leute hier ist nämlich auch irgendwas verschwunden ich weiß grad nicht mehr was ob das nur Wasser war oder so aber ja weil das mutterschiff war ja auch im cobble castle und ja das war hier ich weiß nicht was das hier gemacht hat aber das war auf jeden fall hier sieht man glaube auch ich würde sagen wir gehen wieder auf den Berg zurück da wo ich eben war ich glaube in cobble castle ist keiner und wenn ja dann müsste der so langsam sich mal bewegen wenn der irgendwo da hinten noch rumgammelt weil cobble castle ist jetzt nicht mehr ganz in der zone sondern nur noch halb und ja leute schreibt doch gerne mal in die kommentare würde mich auf jeden fall auch mega interessieren wie ihr es findet wenn ich wirklich öfters handygames streame wenn ich gerade mal keine lust auf fortnite habe ob ihr das gut finden würdet weil vielleicht gibt es ja handygames die ihr zockt die ich auszocke und die man halt zusammen zocken kann wäre auf jeden fall natürlich nice wenn es games gibt die ihr zockt und die ich auch zocke und die man zusammen spielen kann ja gut glühwürmchen sammle ich jetzt nicht auf weil das gehört eigentlich nicht oder das sind blaue ja gut ich denke Schild darf ich benutzen aber und medikits aber und bandys aber ja glühwürmchen verzichte ich gerne drauf auch nicht unbedingt ach lol das hat sogar zwei löcher gemacht in das mutterschiff und cobble ja leute um ehrlich zu sein fand ich gegen die season auch irgendwie ein bisschen zu lange ja leute solche leute hasse ich einfach wirklich solche leute hasse ich einfach die mit p9 hin und sprayen können ja gut ich hätte auch mit mp schießen können aber ja auf jeden fall leute challenge wieder nicht geschafft schade ich glaube letztes mal sind wir auch vierter gewonnen war das letzte mal höher ich weiß grad nicht mehr aber auf jeden fall leute schreibt eine bestrafung in die kommentare wie gesagt die sinnvoll ist und am besten nix mit geld zu tun hat hier oben seht ihr es nochmal wenn ihr in der lobby seid in fortnite acht tage fünf stunden 49 minuten und 45 sekunden bis zur neuen season beziehungsweise bis zum live event und ansonsten würde ich sagen leute wenn euch das video gefallen hat sehr sehr gerne einen daumen nach oben da vergesst nicht den kanal zu abonnieren die glocke zu aktivieren und dann würde ich sagen haut rein bis dann und ciao ciao